Sicher und einfach hochsensible Daten auszutauschen, das ist das Kerngeschäft des internationalen Security-Spezialisten Brainloop. Der führende Anbieter cloudbasierter Lösungen für vertrauliche Dokumentenkommunikation lud jetzt Kunden und Partner zu einem Informationstag in die Belletage des Wiener Café Landmann. Hausherr Thomas Deutschmann zur Zukunft hochsicherheitsrelevanter Geschäftsprozesse. Die Brainloop-Produkte sind primär als sichere Lösungen ausgelegt und ein weiterer Unterschied wäre die sogenannte Prozess-Compliance, also wenn Sie bestimmte Dinge tun wollen wie Gremienkommunikation, ist das Produkt spezifisch dafür ausgelegt. Der Sicherheitsstandard, den wir erfüllen, wird, dürfen wir sagen, einzigartig und in zweiter Linie vielleicht die Möglichkeit, bestimmte Prozesse abzubilden, die recht mühsam werden können, wenn Sie ein Produkt haben, was nicht genau dafür gebaut ist. Sicherheit ist grundsätzlich Verlässlichkeit. Das heißt, es nützt nichts, wenn 95 Piloten das richtig machen und 5 machen es falsch. Davon hat die alle nichts, weil die fünf Unfälle werden passieren bei den fünf Piloten, die das einfach locker nehmen. Das heißt, das ist ein hohes Maß an Training und an Disziplin notwendig und an Aufsicht. Das heißt, wenn jemand mit sicheren Daten realisieren will, dann muss er eine sichere Organisation abbilden und dafür ist die Luftfahrt eigentlich Meister. In Österreich werden pro Jahr rund 11.000 GmbHs gegründet. Die meisten davon mit einem Notar. Seit 2018 ist die Firmengründung für Einpersonengesellschaften online möglich. Ganz einfach und rasch über die digitale GmbH-Gründung. Der Kommunikationsberater Michael Slamanik erläutert die Kooperation mit der österreichischen Notariatskammer. Die digitale Gründung läuft so ab, dass Sie zum Beispiel mit zwei Ihrer Freunde eine GmbH gründen wollen und am Abend zusammensitzen und sich das einmal durchüberlegen. Und auf der Notar-AT-Seite schauen Sie sich dann an, welcher Notar bietet da einen digitalen Workflow an und dort füllen Sie ein Formular aus. Und dann bekommt der Notar, den Sie ausgewählt haben, schon einmal die Informationen, die er braucht, um die Dinge vorzubereiten. Der Notar macht dann den Gesellschaftsvertrag und den lädt er in den Datenraum hoch. Und die Gründer haben alle Zutritt zum Datenraum, genauso wie der Notar und nur diese haben dorthin Zutritt. Wenn es um den Verkauf von Unternehmen, Firmenassets oder Immobilien geht oder ein Bieterverfahren ansteht, müssen vielfältige, hochsichere Daten ausgetauscht werden. Gerade dann sind sichere und geschützte Datenräume für Investoren ein unbedingtes Muss. Die Verantwortlichen der Heterbank erläutern, wie das funktioniert. Wir wissen auch, was wollen die Investoren sehen. Und oft ist auch weniger mehr komprimierte Information, die die Investorenseite wirklich interessiert. Kurze, prägnante Informationen, weil auch die Due Diligence Zeit und Geld in Anspruch nimmt und natürlich auch Ressourcen in jedem Unternehmen bindet. Wenn da ein Investor in den Datenraum hineingeht, dann hat er das Wasserzeichen drüber, weil ich das mit Brennmarkt drüber setze. Und wenn ein Wasserzeichen drüber ist, über so einem Papierl, dann gibt es nicht weiter. Der Support ist sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Warum die Nachfrage nach Datenräumen so gestiegen ist in letzter Zeit, ist ganz einfach zu erklären. Das Internet ist das Trägermedium für den Austausch aller Informationen. Das Internet ist hochgradig unsicher. Wir erleben, dass jeden Tag Datenverluste, Privacy is at risk. Die amerikanischen Regierungen machen irgendwelche Dinge, um an Daten ranzukommen, die nicht einmal in Amerika liegen. Und das Bewusstsein der Menschen, die in Unternehmen Entscheidungen treffen müssen, für das Wohl des Unternehmens gerade stehen müssen, steigt massiv an. Und Datenschutz und Privatsphäre sind damit am Vormarsch. Kunden und Konsumenten werden heute immer sensibler, wenn es um die Verwendung Personen oder unternehmenskritischer Daten geht. Sichere Datenverwaltung und geschützter Datentransfer sind daher in Zukunft geradezu überlebenswichtig für jedes Unternehmen. Die Security-Lösungen von BrainLoop sind dafür eine gute Grundlage.